Ja, guten Tag, sehr mal mein Name. Die Nummer habe ich von der Partnervermittlung Heavy End. Ja, und jetzt traue ich mich einfach mal und rufe sie an. Ja, dann haben Sie sich aber in der Nummer geirrt hier. Nein, nein, ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin 34 Jahre jung. Jetzt warten Sie mal bitte. Welche Nummer wollten Sie denn wählen? Na, genau, ich habe die Nummer hier. Also, insgesamt eine sympathische, wenn auch gedrungene Erscheinung. Meine Hobbys sind Insekten, Sportangeln und Spazierfahrten im eigenen Pkw. Meine Stärken? Häuslich, nicht Trinker, handwerklich geschickt. Ach ja. Meine Schwächen? Ich habe eine sogenannte Tuvalippe, die angewohlen ist und ein leichtes Sprachproblem verursacht. Ja, hört sich ja alles ganz nett an, habe ich aber kein Interesse. Ach, finden Sie mich schon von der Stimme her unsympathisch? Nö. Dann wählen Sie sich doch kein schnelles Vorurteil. Probieren Sie es doch vielleicht immer bei der Nachbarin. Ach, und Sie haben mit der Partnersvermittlung auch gar nichts zu tun, was? Nein. Interessant. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und dann sowas. Ja, das tut mir jetzt halt mal leid. Ach je. Also, probieren Sie es doch einfach mal gegenüber. Hm, wie wäre denn das? Da haben Sie bestimmt Erfolg. Wer wohnt denn da? Ah ja, es tut mir leid, ich habe jetzt auch wirklich keine Zeit, ne? Ach, keine Zeit auch noch? Ja. Alles okay? Nein, aber die wären sowieso nichts für mich gewesen. Das denke ich mir. Ich habe auch meinen Stolz. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. 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 Tschüss.